hallo meine lieben kreativ freunde ich wollte euch mal was zeigen also heute haben wir team treffen und da fand ich dass dieser tolle spruch love what you do share what you love sehr gut passt und ich dachte ich nehme euch mal mit in mein craft room das war ja das was ich euch gestern in meinem insta live gezeigt habe und heute kommt ein kleiner teil meines teams wir haben das team treffen bei mir hier zu hause und ich habe soweit schon alles fertig ich gehe mal ein bisschen rund so was mein fenster und hier kommt der tisch hallo gut so ich werde mich jetzt noch nicht zeigen ich bin nämlich noch nicht salon fähig aber ich wollte doch mal zeigen wie es bei mir aussieht wenn wir team treffen im kleinen haben und röschen und pünktchen ist auch mit dabei schön dass du mal bei mir vorbeischaust ja das ist hier in meinem craft room und wir haben heute team treffen vom team herzapfel in kleiner runde wir sind eigentlich insgesamt momentan elf und vielleicht ist das ja auch was für euch ich biete immer einmal im monat meinem team ein treffen an mal bei mir zu hause mal gibt es zum stempel frühstück also ich habe da noch ganz tolle ideen ja und bei so einem team treffen das müsst ihr euch vorstellen wie ein workshop ich hatte mir hier etwas aus dem mini katalog ausgesucht landsägen bienenliebe und ich weiß dass die nicole sich freut weil die dieses set unwahrscheinlich liebt wir haben hier das band das jeans band prägefolder die süßen schmetterlinge als accessoires und natürlich hier das designer papier und da werden wir dann heute schön mit basteln hier heute nachmittag 15 Uhr geht es bei mir los und ja das ist immer ganz toll so ein team treffen da wird ausgetauscht viel gelacht ja es ist einfach was schönes vor allen dingen demonstrator zu sein das ist was tolles du schaust ja noch zu du bist ja auch demonstratorin das ist doch das schönste hobby der schönste beruf den man haben kann oder ja und wenn du schlau bist jetzt im mai kann man einst also man kann das ganze jahr über einsteigen und jetzt im mai hat man ja dieses super angebot was ich jetzt natürlich nicht hier liegen habe schaut doch mal auf meiner seite juta's craft and learn room da seht ihr das ihr zahlt 129 euro und dürft euch waren im wert von 175 euro aussuchen das könnte zum beispiel schon mit drin liegen in eurem starter paket also ihr dürft euch aussuchen was ihr wollt und oben rein gibt es noch die neuen inkolor farben stempelkissen papier es gibt so eine schöne unterlage schreibtisch unterlage wie hier mit den inkolor farben ich habe die jetzt bestellen können die zeige ich euch noch also es ist wirklich ein ganz tolles angebot für 81 euro zusatz noch zu kriegt ihr gratis dazu also das ist wirklich toll wenn ihr euch eindecken wollt ja also ich freue mich jetzt auf die mädels ich muss mich jetzt ein bisschen schick machen die kommen nämlich um 15 uhr und wenn du hier bei mir in der nähe wohnst und gerne einen workshop bei mir buchen möchtest so sieht das aus das erwartet dich ich freue mich auf euch genau die gudrun hat sich noch gerade gemeldet vielen dank gudrun genau auf jeden fall das ist doch das allerbeste sein sein hobby zum beruf machen oder sein hobby so ausleben in gemeinschaft also das ist ganz toll vielen dank den werden wir haben ich werde noch berichten bis dahin tschüss bis dahin tschüss